Grüßt euch. Bei mir ist jetzt die Lisa. Grüßt die Lisa. Hallo. Lisa, möchtest du ein bisschen was von dir erzählen? Also ich bin 18 und ja, ich bin die Lisa und ja, ich mag auch Pferde wie die Steffi. Und wo bist du her? Aus Ansbach, aus Bernhürnberg. Okay. Du hast schon gesagt, du magst Pferde. Was hast du denn sonst für Hobbys? Ski fahren, dann wandern gehen, ja, in den Berg einfach gehen und am Strand liegen einfach. Bist du gern draußen? Ja, gern. Das heißt, dein Traummann soll ja auch gern mit dir rausgehen? Ja, genau. Ich habe selber Landwirtschaft oder einen Hund und drei Pferde. Okay. Wie stellst du denn dein Traummann sonst so vor? Ja, dass er gut aussieht, dass er mit mir Sport macht, weil ich gerne joggen gehe. Und ja, dass er alles passt auch von Charakter her. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, mit dem komme ich überhaupt nicht klar, wenn er so ist? Ja, dass er auch von meinen Pferden macht, dass du halt nicht mithilfst oder sonst was. Das mache ich halt gar nicht. Okay. Und gibt es irgendwas, wo er bei dir damit klar kommen muss? Ja, mein Pferde, oder? Das ist halt so lebe, wie ich lebe. Okay. Super, Lisa. Das war schon wieder mal gar nicht so schlimm, gell? Nein, nein. Gar nicht. So, das war jetzt die Lisa. Mailzeit bei ihr. Führt euch. ada